Ja, hi, grüßt euch. Ich bin hier am Start. Heute möchte ich mal den Triple Triple Chains auf meinem TR5-Gerät spielen. Ein bisschen höher. Da drüben ist gerade noch Spielpause, da möchte ich noch Geld runterballern. Da möchte ich meinen Prince of Persia reinhauen, den habe ich noch nie gezeigt, glaube ich. Und hinten möchte ich einfach mal auf meinen Bali weiterbuchen. Da marschiere ich da mal kurz hinter. Bisschen mit Risikoeinsatz mal wieder. Und da sind die Simmerwellen fast geflogen. Oh, schade. Ja, man müsste hier mal wieder bis zum Vollbild kommen. Oben das Feature haben, das ist schon immer cool. Aber so oft zeige ich das Gerät ja auch nicht, Leute. Und ihr wisst ja, das ist ein Buchungslästling. Immer wieder dieses Geburt. So, jetzt gibt ihr die andere Seite. Das ist ja auch schön. Du wisst ja sicher auch, die Triple Chainson, die geben manchmal, was weiß ich, wie viel Euro am Stück, gar nichts. Das macht einen natürlich irgendwo wahnsinnig. Das ist klar. Und wenn, dann haut er einfach mal das Feature rein. Dann kann es natürlich auch schnell nach oben gehen. Warte. Na, die Milönchen wären schön gewesen, die Milönchen. Da hinten können wir buchen. Und hier können wir jetzt dann gleich den Prince of Persia reinhauen. Ja, das machen wir mal hier. Prince of Persia, Leute. Und auf 40 auf der Wasseruhr. Gold of Persia, Entschuldigung. 80 Cent. Ach. Ein paar mehr Spiele wollen wir sehen. Ein paar mehr Spiele wollen wir sehen, dann lassen wir das mal so. Die Clipen gehe ich mal zu Buchen rüber, bitte nicht. Schimpfen. Ich muss hier mal ein bisschen Kohle reinballern. Dann haben wir demnächst mehr drin. So, jetzt lassen wir den mal gut gehen. Dann gehen wir mal hier zu unserem, lassen wir mal hier auf der Manik. Mal schauen, ob der Persia was gibt. Oder ob ich hier noch was kriege mit 35 Euro. Laelsch gründen die colours. Binge dir alles. Versuaus. Oh, Schade, oben hängen sie. Einen Dreh. Einen Dreh weiter davor. Mit dem verlinkt. Spielkohle Leute, Spielkohle. Das kennt ihr nicht, weil ihr seid der Hardcore, ihr drückt immer bis Hände durch. Mache ich nicht, bin eher Rade Null. Habe ich die Null gewählt? Verkackt. Ah, dann dreifach Zitrone und dann dreifach Laume. Hinter. Ah Jungs, eins zu weit gefahren. Schön verballert auf die 140, glaube ich, auch egal. Amine. Amine. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich kann es ja Leute, nochmal kurz den magischen Spiegel hineingauen. Da hätte ich halt gerne einfach mal wie ein Feature, Mensch. Aber ich wollte so viel investieren in die Dose. Kommen wir mal. Die Gier ist bald durch. Ich habe nichts gebracht, die Gold of Persia. Ich bin echt. Euch passiert das natürlich nicht. Schade, 5.0 ist durch. Ich habe mein Tropf. Ich habe mein Buchungstropf. Ich habe ihre Ja ihr wisst ja abonnieren, es wird nicht weh Leute, holt's ein Abo rein, freu ich mich tierisch, keine Abos wieder wegnehmen, frage ich mich auch wie das immer geht, dass jemand mich wieder deabonniert, oder haben wir die Spiele auf 10 Fett? Können wir so kurz schauen oder? 25m 10m vara w f w w w w w w w Na ja, hat mich jetzt auch nicht so verzeugt mit der Haut, Freunde, auf 10 Cent, keine Ahnung was das jetzt waren, 2,80 oder was, lassen wir es gut sehen, Freunde. Kleines Zwischenvideo für unter der Woche, nicht so viel gegeben, ist aber nicht so schlimm, Freunde, alles gut, lasst aber like da, nette Kommentare, bis zum nächsten Mal, macht es gut, jo, ciao.